Ist klar, Jungs? Ja. Aber Jungs, euch ist schon klar, dass da Schweinegelatina drin ist? Euch ist aber klar, dass da Schweinegelatina drin ist, oder? Ah. 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 Alhamdulillah. Und jetzt fragt die, ob die dir 20 Euro leihen können. Ah, Jungs. Kann einer von euch mit 20 Euro leihen? Danke. Warum? Nein. Echt? Ach, ist das hier vier? Die musst du aber auch noch bezahlen, separat. Separat? Ja. Ja. Assalamu alaikum. Ich mach nur Spaß, aber ich hab mal eine ernst gemeinte Frage, Jungs. Jungs, ich mach nur Spaß, aber ich hab echt einen ernst gefeiert. Ich wollte immer Tänzer werden, aber mein Vater hat mir das nie erlaubt. Ich wollte immer Tänzer werden, aber mein Vater hat nie erlaubt, Alter. Könnt ihr mal bitte sagen, wie ich tanze und shake shake? Tanz mal.